Die Themen heute. Bayerische Metall- und Elektroindustrie präsentiert Ausbildungszahlen für 2016. Und mehr Abwechslung, mehr Teamarbeit, Lehrzeit in Unternehmen, die selbst ausbilden. Rund 14.900 Ausbildungsverträge schlossen Unternehmen der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie 2016 ab. Das ist ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit ein Allzeithoch. Doch trotz guter Wirtschaftslage haben einige Betriebe Schwierigkeiten, ihre Lehrstellen zu besetzen. Häufig genannte Gründe, es fehlen geeignete Bewerber. Branchenübergreifend gibt es bayernweit sogar einen deutlichen Überhang an Lehrstellen. Auf einen Jugendlichen kamen Angebote von 1,27, also ein guter Markt für die Jugendlichen. Für die Unternehmen ist das schwieriger, es sind 10.000 bis 15.000 Lehrstellen leer geblieben. Wir haben einfach ein demografisches Problem, es sind nicht mehr genug und Absolventen da. Zweitens gibt es nach wie vor Defizite, was die Ausbildungseignung betrifft. Trotz vieler Projekte an Schulen liegt der Anteil an weiblichen Lehrlingen für Metall- und Elektroberufe bei rund 20 Prozent. Auch die Azubi-Gehälter der Branche scheinen daran kaum etwas zu ändern. Ein Lehrling verdiene nämlich im Schnitt 1.044 Euro im Monat, betont Prossard bei der Präsentation der Ausbildungszahlen in München. Traditionell hoch sei auch die Übernahmequote. In der bayerischen Metall- und Elektroindustrie werden im Jahr 2017 voraussichtlich 90 Prozent übernommen. Knapp 50 Prozent werden unbefristet übernommen und die meisten dann nach einem Jahr. Die Nachfrage nach IT-Experten und Spezialisten in naturwissenschaftlichen Fächern steigt und damit auch der Bedarf an Lehrlingen für technische Berufe. Insofern blickt Brossard erwartungsfroh auf das Ausbildungsjahr 2017. Er rechnet in der Metall- und Elektroindustrie mit einem Zuwachs an Lehrverträgen um 1,5 Prozent auf 15.100. Mit erfahrenen Kollegen arbeiten, eigene Ideen einbringen, Verantwortung übernehmen. Benedikt Schwarz ist voller Tatendrang in seiner Ausbildung zum Industriekaufmann. Denn bei Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg kann der 19-jährige Azubi weit mehr erleben, als es der Lehrplan für den Büro vorsieht. Ich bin gerade in der HE-Abteilung Personalwesen. Dort unterstütze ich die Assistenz für unseren deutschlandweiten und weltweiten Personalchef. Ich habe auch die Möglichkeit, viele andere Bereiche der HE zu sehen. HE Marketing, HE Akademie beispielsweise. Ich durfte aber auch die Einführungsveranstaltungen der Azubis und Studenten im September moderieren. Die Fachkräfte von morgen, die wollen wir uns selber ausbilden, denn so haben wir die Garantie, dass wir passgenaue Mitarbeiter haben, die hinterher über ein gutes Netzwerk verfügen und natürlich auch die internen Prozesse und Projekte gut kennen. Chancen hoch aufzusteigen und auch im Ausland zu arbeiten, gibt es bei Webasto viele. Die Unternehmensgruppe zählt zu den 100 größten Automobilzulieferern der Welt und betreibt 50 Standorte mit rund 12.000 Mitarbeitern. Am Hauptsitz im oberbayerischen Stockdorf dürfen Lehrlinge sogar in Eigenregie eine Juniorfirma führen. Young Drive genannt und die Juniorfirma ist zuständig für den weltweiten Vertrieb von Werbemitteln an alle Webasto-Standorte. Das ist eine ganz normale Ausbildungsstation, wo jeder Auszubildende so circa vier, fünf Monate bleibt, um die Aufgaben dort zu lernen. Ich habe mich eben gefreut, weil es eine Firma in der Firma ist. Ich konnte alle vier Bereiche kennenlernen. Marketing, Personal, Einkauf und Vertrieb. An Konzepten tüfteln, Projekte leiten, das würde Benedikt Schwarz später gern beruflich machen. Denn die Arbeit an Projekten gefällt ihm besonders gut. Doch noch hat der Azubi aus dem zweiten Lehrjahr viel Zeit, um über seine Zukunft nachzudenken. Eine Entscheidung gefällt, haben dagegen jetzt seine Ausbilder, allerdings bezüglich eines anderen angehenden Industriekaufmanns. Ins neue Ausbildungsjahr in Stockdorf wird nämlich erstmals auch ein Flüchtling aus Syrien starten. Untertitelung des ZDF, 2020